Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallgeist, wieder aus dem Urlaub mit Antonia. Hallo! Und ja, der Chrissy, Schwester von der Antonia, wir spielen zu dritt, aber im Call sind nur Antonia und ich. Und sie ist nicht die Beste, von daher bin ich mal gespannt. Wir spielen Trupp. No Skates. Oh mein Gott, die hat die Grief-Map mit... Es ist wirklich nicht notwendig, Nico. Hihihi. Also ich sag mal so. Ja, also ich kann die auch gerne mal runterschubsen, wenn sie... wenn sie... wenn sie lebt. So, wir haben... oh, was ist das für ein Skin? Okay, so ein Pullover-Skin. Okay, sie bleibt erstmal stehen. Ja, mal gucken, ob das was wird. Wenn nicht, dann müssen wir halt so eine Show machen. Okay, da ist sie, da ist sie. Ich halt sie fest. Und einmal gekillt. Nico, lass doch, sie ist doch eh so schlecht. Ja, warte doch mal. Ich muss erst mal austesten. Ich wollte doch kurz testen, ob meine Steuerung noch klappt. Ja, klar. Wahrscheinlich ist jetzt so frustriert und verlässt direkt die Runde, was ich fühlen würde. Nico, hör auf, sie festzuhalten. Ey, ich halte sie doch gar nicht fest. Ist doch egal. Das muss man spielen. Ach, komm. Ja, aber du regst dich dann auch, wenn sie... Was reg ich mich auf? Du regst dich dann auch, wenn sie es nicht schafft, aber du griechst sie ja. Nö, nö. Nö, nö. Komm, sag ich, wir drei kommen weiter. Spaß geht über Sieg. Ja, das stimmt schon, aber griefen ist schon fies. Nö, griefen macht Spaß. Wenn jemand eh schlecht spielt. Ach, Junge, nimm es nicht so ernst. Komm rein da. Dann wird sie nicht mehr mit dir spielen, wenn du böse zählst. Ja, dann hat es halt nicht gehabt. Bin ich böse. Nein. Ich necken. Was sich kackt, es kackt. Oh, ich bin drin. Spielt ihr am Computer? Ja. Wahrscheinlich ohne Controller, ne? Ja. Ja, ist bestimmt kacke. Das ist scheiße, ja. Das coole ist, die Kamera, das sieht jetzt alles richtig schön aus, die Kamera, weil der Hintergrund irgendwie, ja, kontrastreicher ist und jetzt ist, also das ist, jetzt kommen die Farben richtig raus. Also es liegt tatsächlich an, ja, an den Farben zu Hause. Nö, so wie in deinem hessischen Keller. In dem schwarzen Schrank und so. Ja, genau. So, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Playmobil. Eieiei. Heute spielen wir nichts. Heute spielen wir das Leben. Heute spielen wir mit den Gefühlen deiner Mutter. Hä, warum ist hier mein Blau so dunkel? Ja, das ist hier voll dunkel immer. Wegen dem blauen Untergrund. Oder? Ja, stimmt. Mein Blau sieht voll dunkel aus. Das fetzt aber. Ja. Aber, hä? Sieht geil aus. Ja. Wahrscheinlich, weil der Rest so hell ist, ja? Ja. Kontrast. Das ist echt geil. El Pablo de la Contrast. Jetzt ist es wieder normal. Jetzt ist es wieder normal. Schlagartig. Oh ja. Das ist jetzt auch. The fuck. Okay, eingekillt. Jetzt ist es wieder dunkel. Bam. Noch eingekillt. Oh, ich habe es gesehen. Bick. Okay. So, ich gucke natürlich wieder der Christi zu. Oh, sie ist weiter als der andere Mait. Sehr schön. Ja, die hat sie schon öfter gemacht, die Map. Die kosmische Autobahn nicht so oft. Ui. Ui. Oh, schade. So, wir sind bei Pixelmaler. Da bin ich jetzt echt ges... Oh Gott. Ich glaube, sie weiß nicht, wie das Spiel geht. Ja. Dann nicht einfach durchlaufen, hier du. Ich glaube, jetzt hat es gecheckt. Ja. Okay. Okay. Hier rennt er mal erst mal durch. Richtig retardend. Geil. Ach, komm. Mann! Ihr macht immer wieder der Absicht, die ist falsch. Ey! Das macht sie nicht mit Absicht. Ich glaube nicht, dass ihr das mit Absicht macht. Ja, wie, 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 wie willst du das unabsichtlich machen? Herbe, sieht du was Falsches? Sie checkt's halt nicht. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Hört mal auf. Ihr müsst... Antonia. Das wird machen. Okay. Die kommen ja gar nicht dazu. Hat sie geholfen? Schau, hat geholfen. Ja. Große Hilfe. Ey, ey, sei nett. Ja, wenn sie Scheiße macht, dann kann sie doch jetzt sein. Sie tut bestimmt ihr Bestes. Was ist das denn jetzt? Warte mal, untermilch. Du musst eins weiter hoch. Äh. Ey. Da hinten, da hinten, da hinten. I made. Äh, was stimmt nicht? Der da, der. Warte mal, warte mal. Was stimmt jetzt nicht? Da. Warte. Ah. Okay. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Hat die schon mal das gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaub nicht, ne. Ja gut, also, aber hier... Aber das ist nicht schlimm, weil das ist normal. Was? Hast du runtergefangen? Ja, Mann, das wär's geil. Hört auf. Das ist nicht erlaubt. Nur in Alabama. Das ist nur in Alabama. Ne, egal. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, jetzt ist sie gerade gesaved. Ach, schade, jetzt ist sie raus. Ich muss mich konzentrieren hier. Das hat man im Blut. Okay, okay, Pavel ist raus. Wir sind die letzten. What the fuck? Haben wir für einen Trupp? Okay, wir müssen uns beide überleben. Sonst wird das schwer. Okay. Bin ich mal gespannt, wem es zuschaut. Wahrscheinlich dem King. Irgendwie auch. Hey. Der King, ja klar. Ja klar. Also, wenn einer der King ist... Ich bin die wichtigste Person in ihrem Leben. Hä? Ich bin die wichtigste Person... Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Das ist... Was könnte es Wichtigeres geben als die kleine Schwester? Was könnte es Wichtigeres geben als ich? Komm her, komm her. Jedem ist sein Ich das wertvollste Gegenüber. So, meine Freunde. Okay. Mein Furz stinkt immer noch angenehm. Er hat richtig hier reingehauen. So, meine lieben Freunde. Das war ein bisschen kritisch, weil dann hätte ich festhalten können. Wir sind schon sehr weit bei dieser Map. Und... Das ist mir auch noch nie passiert. Was ist passiert? Das ist mir noch nie passiert. Äh... Ja, ich... Mich hat dieses graue Ding runtergehauen. Wo ist diese... Aber du schaffst... Wenn du es schaffst, könnte es noch was werden. Der Robo? Ja. Der ist direkt bei den Plattformen und dann... Ja. Da habe ich bis dann das noch weg unterschätzt. Scheiße. Da ist mir glaube ich schon mal passiert. Ach, Mann. Es sind aber viele da, ne? Ich weiß nicht. Trotzdem, du musst es schaffen. Kann jetzt... Ja, kann ich jetzt noch... Ich kann mir jetzt nichts sagen. Es könnte noch was werden, auf jeden Fall. Aufpassen. Schön weg von dem hellen Typ. Okay, jetzt hoch, hoch, hoch. Rein. Ah! Ja, Leute, das war es von dieser Folge. Ich meine... In den Folgen, die ich jetzt hier aufnehme, geht es eher um... Einfach Content. Ohne Herz. Ohne Liebe. Einfach nur. Hasseln. Macht es doch gar keinen Spaß, Leute. Macht es wirklich nur für die Klicks, Leute. Von daher, das war es von der Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.